Hier eine fast gewöhnliche Uni. Jeden Honntag im Monat holt die Biker-Universität liegen gebliebene Motorradfahrer von der Straße. Nach dem Ausmalen der ABCD-Plus-Mitgliedschaft, der gelben Biker und die Beantragung des Organspendeausweises beginnt die Vorklausur für den Kurs der Verkehr und ich. So, wir schreiben jetzt die Klausur. Viele sind zum fünften Mal dabei, einige zum zehnten. Es wird immer schwieriger, knackzreich. In dem geht es nicht nur um vier und zwei Räder, sondern auch Trikes spielen eine Rolle. Zusatzkurse wie der Rollerfahrer und andere Behinderungen können ebenfalls belegt werden. Da der Motorradfahrer unbedingt in den Kurs der Verkehr und ich möchte, versucht er sein Ergebnis durch Schummeleien aufzuwerten. Dem lila Biker-Studenten scheint dies zu ärgern. Nach wiederholten Täuschungsversuchen eskaliert die Situation und dem Mitstudenten langens. Gegen die Stärke des Lilanen kommt der Motorradfahrer nicht an. Somit wird der randalierende Motorradfahrer aus der Klausur geworfen. Die Überlegenheit des Lilanen wird durch die Triumphgabe verdeutlicht. Freunde, kommen Sie fahren! Äh... 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 Vielen Dank.